Das heisst ein Gewehr nehmen. Ah, geil. Angehendnehmer durchzuladen, bis gar. Ja, ja. Geht er los? Geht er los? Ja, ja. Welche Richtung? Ich sehe ein Gebäude. Ach, das war die Sniper-Position da oben. Das heisst nach links müssen wir. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Zehn, das haben wir, das haben wir. Zehn, das ist mein Geschmang gespielt. Dort, Kontakt. Die sehe ich. Noch nicht ausschalten. Noch nicht ausschalten. Ich nehme mich mal dem Ziel an. Du kannst ausschalten, wenn du es schaffst. Bin bereit. Siehst du auch die Palme? Die Palme. Deswegen habe ich ihn jetzt gerade ausgeschaltet. Ich glaube, ich habe noch einen Kontakt dort. Oder sieht das nur so aus? Check. Ich check. Ich check. Ich habe einen Kontakt. Lauter Kein Kontakt Check Check Kein Kein He earth ник kl Eng There Te wo seid ihr wir sind bei der vogelgang ach da ok oh da ist einer auf dem dach ich komme jetzt fair durch ich komme jetzt hier raus ok sie sind links ich weiß nicht welches zielgebäude ist ich glaube aber das müsste das hier sein fange mal da rein oder da und was soll da gemacht werden wieder ein stick mitnehmen nein nein eliminierung und 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 safe türen haben keine griffe die eine tür hier warte hier unser stöber moment okay weg 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 treppe hoch geht nicht geht auf rechts frei links auch frei geht nach oben oben frei die knifft meine knarre verloren hier rein Du bist nicht auf dem Weg, du bist nicht auf dem Weg Zauber Okay, weiter geht's hier nicht Neu checken Neu checken Hup, hup, hup Hup, hup, hup Hup, hup, hup Hup, hup, hup Zauber Ja Zauber Okay Weiter, weiter Waren wir, waren wir Hier links waren wir drin Hier waren wir aber noch Hier ist natürlich zum Aufmachen Gut, gut, gut für steck also hier also hier 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 oben brennt sogar legt sogar eine knüpfe wieder verloren danke danke kein problem da oben brennt ja licht im zimmer weg 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 das habe ich wohl gesehen alle tot raus? ja hier ach so ja jetzt bin ich tot wenn man sich in die steuerung gewinnt geht das eigentlich ne? mhm mhm jetzt habe ich die stifte schon gezogen war das? 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 was? Es hat nicht mehr Spaß. Wir müssen das nicht hier sein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Ja, ja, ich glaube, das ist hier. Oder auch nicht. Da, wo das Netz war. Danke. Zauber. Wo ist die Treppe? Achtung, ich komme hoch. Zauber. Hi, Valier, Valier, Target. Ich glaube, der hat kriegen wir es. Oh Mann, der Taschen... Voll am Ehre strahlen. Oh Mann, der Taschen ist, was er. Oh Mann, der Taschen ist, was er. Schatz, mein Ler. Tür, Tür. Auf, auf. Ja, 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 ja. Ich bin noch nie ausgeschabelt, oder? Ich bin da im Gebäude. Okay, okay, warte. Ja, dann auch hier. Zauber. Waren wir schon oben? Waren wir schon oben? Hier gehts hoch. Schiebe raus. Okay, okay. Zauber, zauber. Hier gehts noch her. Check Geilke. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Was war das denn? Was war das denn? Die war vermient. Die war vermient. Oder wie? Hä? Hä? Ich glaube wir sind hier richtig. Kannst mich hoch holen und ihn noch? Ja. Ich lege hier auch am Boden. Ich lege hier auch am Boden. Ich lebe noch für neun Sekunden. Neun Sekunden. Achso. So. Das gibt es auch. Haha. Haha. Park dir bitte. Park dir bitte. Wir müssen uns erstmal wieder raus starten. Ready. Ziel wird hier angezeigt bei mir. Rot. Gut. Ich brauche jetzt ein Messer in der Hand. Manchmal. Okay. Willst du dir die geben? Willst du dir die geben? Mhm. Absolut. Danke. Boah ist das nervig. Boah ist das nervig. So und wer war's? Wer war's? Wer war's? Usama? Und wo müssen wir jetzt hin? Ja. 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 Aber ich seh keinen Markierer. Ich seh keinen Markierer. Was ist denn? Ist nichts markiert? Ja. 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 Achso, wir müssen doch irgendwas machen. Das ist ein leuchtendes Ding hier. Palme. Die Lampe ist jetzt weg. Das Licht meine ich. Oder was war das? Ach nee. Perflexion. Perflexion. Nicht schon ganz oben? Kann ja gar nicht sein. Doch, du bist ganz oben. Ich sehe keine Ziele. Ich sehe keinen Rauch. Was müssen wir noch machen? Du hast zwei Objekte? Mhm. Mhm. Okay. I呃, ich sehe keinen Rauch. Willi. Hmm. Mhm. die Nutzpah die Nutzpah die Nutzpah von Kiebenhaus die Nutzpah die Nutzpah die Knifte verloren echt? ja da war ich schon ja ich auch ja ich auch Pumpe hast du verloren ich hab meine Knarre verloren ich hab besser in der Hand brauche ich nicht weiter das ist echt zu schrott das ist doch jetzt ich hab's ich hab's ist da meine Wache oben? hier liegt ein Messer hier liegt ein Messer hier liegt ein Messer das war ein Messer ich werf das hoch oh hallo hier waren wir schon hallo meine Arme sind immer länger Alter ja und jetzt vorwärts gehen wie geht das? für dich bürgen oder was? das sieht auf sich aus das sieht auf sich aus ich bin ja zu scheiße ich bin ja zu scheiße alter das haben die doch das haben die doch nicht durchdacht das haben wir jetzt wissen wo meine Mk 18 ist ja doch gerade irgendwann wie gesagt hat sie sich hier ich bin klar ich bin klar ich bin klar entdeckend ja Schießt du gerade? Ja. Du bist hier drinnen? Ich bin hier drinnen. Boah. Block, block, block. So. Kann die seine Waffe nehmen? Schade, Alter. Der ist ja auch so geil. Das wäre echt gut gewesen. Ah, ist sie ein bisschen oben? Wo seid ihr? Ich bin auf jeden Fall irgendwo oben. Da. Ja. Okay. Ich spreng auf. Warte. Okay. Frei. Nochmal. Nochmal. Frei. Andere Seite, andere Seite. Ah, da hinten. Da können wir mal hin. Okay, dann gehen wir mal hin. Mal gucken, wo wir da lange müssen. So. Runter, runter. Da oben. So, wo hier müssen wir da rein können? Wir sind Tür. Okay. Okay. Ich mach wieder auf. Okay. Tür. Tür. Treppe. 3 down hier liegt doch irgendwer jemand ich glaube das war unser zweites Ziel ja hm hm kanadenwerfen ist hier nicht so schön oh dann steht einer ich kann nicht mal die maske abmachen echt jetzt hätten wir die kamera mit nehmen müssen da lag eine kamera ich glaube wir müssen ich glaube wir müssen